Der Begriff Umweltpolitik, der um 1970 aus dem Engel Environmental Policy gebildet wurde, bezeichnet die Gesamtheit der politischen Bestrebungen, welche die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen sowie der Natur an sich bezwecken. Umweltpolitik als eigenständiger Politikbereich Entwicklung in Deutschland 1952 wurde die Interparlamentarische Arbeitsgemeinschaft für naturgemäße Wirtschaft gegründet, 1962 der Deutsche Rat für Landespflege. Die Herausbildung der Umweltpolitik als eigenständiger Politikbereich war eng verknüpft mit der Entstehung eines immer weiter verbreiteten Umweltbewusstseins in den 1970er Jahren, das seinerseits eine Reaktion auf drastisch zunehmende Umweltprobleme war. Motor dafür waren soziale Bewegungen wie die Umweltbewegung und die Anti-Atomkraftbewegung sowie die Nachwirkungen der Protestbewegung der 1960er Jahre. In Westdeutschland entwickelte sich der Politikbereich in vier Phasen. Das Politikfeld wurde zunächst von der Bundesregierung entdeckt, der zivilgesellschaftliche Bereich entwickelte sich später. Etablierungsphase Mit Beginn der sozialliberalen Koalition 1969 erfolgte die Identifizierung der grundlegenden, am deutlichsten wahrnehmbaren Umweltbelastungen und die Entwicklung allgemeiner Problemlösungsinstrumente. 1970 verabschiedete die Bundesregierung ein Sofortprogramm zum Umweltschutz und am 29. September 1971 die K-Sekunden erste Umweltprogramm. Darin wurden über 100 Gesetze und Verordnungen angekündigt und teilweise bereits budgetiert. Das Umweltprogramm führte auch zu einem größeren Umweltbewusstsein bei der Bevölkerung. Während im September 1970 laut einer Infas-Umfrage nur 41% der Befragten den Begriff Umweltschutz kannten, war dieser im November 1971 bereits 92% bekannt. Die Federführung für die Umweltpolitik lag beim Bundesministerium des Innern. Somit war die FDP, die mit Hans-Dietrich Genscher den Innenminister stellte, die erste Partei, die das Thema Umweltschutz in ihr Programm aufnahm. 1971 rief die Bundesregierung den Sachverständigenrat für Umweltfragen ins Leben. 1972 folgte die Umweltministerkonferenz der Länder und 1974 wurde das Umweltbundesamt gegründet. Abschwungphase Mit der Ölkrise von 1973-1974 geriet der Umweltschutz nach der ersten erfolgreichen Etablierung gegenüber wirtschaftlichen Argumenten ins Hintertreffen. Erstmals wurde die Phrase Jobkiller-Umweltschutz verwendet. Aus der Enttäuschung über diesen Abschwung und die damit verbundenen und Tätigkeit der Regierung entstanden zahlreiche Umweltgruppen und Bürgerinitiativen im Bereich Umwelt. Der sogenannte Umweltprotest formierte sich. Mit dem Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz hatte sich bereits 1972 ein Dachverband gegründet, der nun den politischen Protest organisierte. Eine zweite Ölkrise 1979-1980 trug dazu bei, die Bedeutung von Umweltschutz und Energiesparen wieder stärker bewusst zu machen. Konsolidierungsphase Diese begann Anfang der 1980er Jahre. Der steigende umweltpolitische Problemdruck und dessen forcierte Wahrnehmung durch die Bevölkerung sowie die Entstehung grüner und alternativer. Parteigruppierungen erhöhte den politischen Stellenwert des Umweltschutzes wesentlich. Der Einzug der neuen Partei Die Grünen in den Bundestag 1983 war hierfür von großer Bedeutung. Sie sorgte für die dauerhafte Präsenz des Themas und veranlassten die anderen Parteien zu eigenständigen Umweltpolitiken. Eine ökonomische Erholung, das Abklingen des Kalten Krieges und vor allem ein unübersehbares Waldsterben begünstigten eine gewandtelte Einschätzung der ökonomischen Folgen. Von Umweltschutz. Neue Initiativen zur Verbesserung des umweltpolitischen Instrumentariums wurden eingeleitet. Z. B. 1983 die Großfeuerungsanlagenverordnung und 1986 die Novellierung der technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft. Modernisierungsphase In der Folge der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 des Waldsterbens und anderer Katastrophenmeldungen kam es Ende der 1980er Jahre zu einem erneuten Wandel in der Umweltpolitik. Dominierte zuvor die nachgeschaltete Verhinderung von Umweltverschmutzung durch Einsatz von Technik. Begann mit der Etablierung des Begriffs nachhaltige Entwicklung durch den Brundtland-Bericht der Vereinten Nationen der Versuch, die Entstehung von Umweltschäden im Ansatz zu vermeiden. Ein bekanntes Instrument dieser Phase ist die Umweltverträglichkeitsprüfung. Bis etwa 1990 hatte der Umweltschutz einen hohen politischen und gesellschaftspolitischen Stellenwert in der Amtszeit des Bundesumweltministers. Klaus Töpfer wurden viele sinnvolle Änderungen in der Umweltgesetzgebung vollzogen. Nach dem Fall der Mauer und des Eisernen Vorhangs fanden andere politische Themen mehr Beachtung. Während Angela Merkel das Amt der Umweltministerin bekleidete war die Euphorie der Nachwendezeit verflogen unter den Bedingungen von Globalisierung und wirtschaftlicher Stagnation sahen viele Umweltschutzmaßnahmen wieder mehr als Hemmschuh für Wirtschaftswachstum und Innovationen. Ende 1998 endete die Ära Kohl. Unter Bundeskanzler Gerhard Schröder wurden die Grünen zum ersten Mal Koalitionspartner in einer Bundesregierung, sie stellten in der Rot-Grünen. Koalition 1998 bis 2005 Jürgen Trittin als Umweltminister. Trittin verhandelte zum Beispiel den Atomkonsens. Die Umweltpolitik war in dieser Zeit ein Politikbereich, in dem SPD-Politiker ihr wirtschaftsfreundliches und grünen Politiker ihr umweltfreundliches Profil zu schärfen versuchten. Umweltschutzaufwendungen der Bundesrepublik Deutschland staatliche Ausgaben und Investitionen 1977 4,3 Milliarden Euro, 1982 6,08 Milliarden Euro, 1987 7,83 Milliarden Euro, 2009 33,21 Milliarden Euro. Quelle. Die Umweltpolitik teilt mit anderen Politiken wie beispielsweise der Frauenpolitik die Problematik, ein Querschnittsbereich zu sein, der thematische Überschneidungen mit vielen anderen Politikfeldern aufweist. Für die Umweltpolitik sind das vor allem die Wirtschaftspolitik einschließlich der Landwirtschaftspolitik, die Energiepolitik, die Verkehrspolitik, die Städtebau- und Siedlungspolitik. Da die Ursachen für Umweltschäden häufig in die Zuständigkeit dieser Gebiete fallen, verlangen diese Bezüge von den Akteuren der Umweltpolitik ein hohes Maß an Interdisziplinarität, Kommunikations-, Überzeugungs- und Durchsetzungsvermögen wie auch Kompromissbereitschaft. Die Umweltpolitik teilt mit anderen Politiken wie beispielsweise der Rentenpolitik die Problematik, ein Langfristbereich zu sein. Damit ist gemeint, dass einmal getroffene oder auch versäumte Entscheidungen sich langfristig auswirken und die Auswirkungen häufig erst mit großer Zeitverzögerung deutlich werden. Die Akteure staatlicher Politik in Demokratien denken jedoch oft in Wahlperioden bzw. vorrangig bis zum nächsten Wahltermin und werden auch in deren Rhythmus ausgetauscht. Ähnliches gilt auch für die Akteure der Wirtschaft, die längerfristige Entwicklungen häufig vernachlässigen, weil sie sich an Quartalszahlen, Jahreszahlen und schwankenden Börsenkursen orientieren. Dies begünstigt die Konzentration auf kurzfristige Politikmuster und benachteiligt tendenziell Themen, bei denen die Auswirkungen politischer Entscheidung über viele Jahre oder Jahrzehnte in die Zukunft berücksichtigt werden müssen. Teilbereiche wie die Klimaschutzpolitik lassen sich zudem kaum anders als im globalen Maßstab angehen. Prinzipien der Umweltpolitik Wie in anderen Politikbereichen besteht kein allgemeines Einverständnis über oberste Prinzipien der Umweltpolitik. Dennoch lassen sich einige Grundsätze als sehr weitgehend akzeptiert hervorheben. Das Verursacherprinzip besagt, dass der Urheber einer Umweltbelastung auch die Kosten für die Beseitigung tragen soll. Faktisch gilt aber noch in starkem Maße das Gemeinlässtprinzip, nachdem die Allgemeinheit Kosten trägt, die nicht zu rechenbar bzw. nicht über den Verursacher aufzubringen sind. Nach dem Vorsorgeprinzip sollen Umweltschäden aber erst gar nicht entstehen. Diesen Grundsatz verschärft das Vorsichtsprinzip noch dahingehend, dass im Falle des Mangels an zuverlässigen wissenschaftlichen Risikoabschätzungen im Zweifel eine Entscheidung zugunsten des Verbots einer Betätigung oder Produktentwicklung zu treffen sei. Nicht ganz so scharf ist das Substitutionsprinzip, welches postuliert, Gefahrstoffe zu ersetzen, wenn ein umweltfreundlicher Ersatzstoff vorhanden ist. Das Integrationsprinzip bzw. Querschnittsprinzip besagt, dass Umweltschutz auch eine Angelegenheit anderer Politikfelder ist. Dadurch Entscheidungen in diesen Bereichen häufig Umweltprobleme verursacht werden. Das Kooperationsprinzip besagt, dass unter Einbeziehung wichtiger gesellschaftlicher Gruppen auf eine möglichst einvernehmliche Verwirklichung umweltpolitischer Ziele hingearbeitet werden solle. Nur so ist eine wirksame Umsetzung umweltpolitischer Maßnahmen zu erwarten. Umweltpolitik sollte auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse beruhen. Sie ist deshalb ein besonders beratungsintensiver Politikbereich. Das Prinzip der Nachhaltigkeit stammt aus der Forstwirtschaft. Danach darf der jährliche Holzeinschlag nicht größer sein als die nachwachsende Holzmenge. Anwendbar ist dieses Prinzip auch in der Fischerei- und Jagdwirtschaft. Allgemein gelten folgende Nutzungsregeln nach dem Prinzip. Bei erneuerbaren Ressourcen darf die Abbaurate die Regenerationsrate nicht überschreiten. Der Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen muss ausgeglichen werden durch beispielsweise Steigerung der Wirksamkeit. Institutionelle Verankerung In Deutschland erhielt die Umweltpolitik 1974 durch die Gründung des Umweltbundesamtes einen institutionellen Rahmen. Es war Teil des Bundesinnenministeriums. Am 6. Juni 1986, etwa fünf Wochen nach der schweren Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, wurde das Bundesumweltministerium gegründet. Der amtliche Name ist Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Die damalige Bundesregierung, Kabinett Kohl-I, fasste mit diesem Schritt mehr umweltpolitische Felder zusammen und verringerte mit diesem größeren Zuschnitt den Koordinationsbedarfe des Querschnittsbereichs Umweltpolitik. Die deutschen Länder haben überwiegend eigenständige Umweltministerien, diese kooperieren in einer regelmäßig tagenden Umweltministerkonferenz. In Österreich gibt es seit 1986 ein eigenständiges Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft. In der Schweiz besteht seit 1997 die Kasekunden Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation. Die Europäische Gemeinschaft begann schon 1971 in Gestalt einer Mitteilung der Kommission über eine gemeinschaftliche Umweltpolitik. Ansätze einer Umweltpolitik herauszubilden, aus denen jedoch wegen der personellen und institutionellen Schwäche des Umweltschutzes innerhalb der Organe der Europäischen Gemeinschaft zunächst kaum konkrete Initiativen entstanden. Erst 1987 erhielt die Europäische Umweltpolitik durch die Einheitliche Europäische Akte eine kompetenzielle Verankerung in den Zielsetzungen der EG, die durch die Verträge von Maastricht und Amsterdam ausgebaut wurde und eine institutionelle Stütze in Form der Generaldirektion Umwelt. Verfassungsrechtliche Grundlagen Das deutsche Grundgesetz und die schweizerische Bundesverfassung enthalten Staatszielbestimmungen, die dem Bund Leitlinien für eine Politik zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen geben. In Österreich fehlt eine entsprechende Verfassungsbestimmung bisher. Zu den Zielen der Europäischen Gemeinschaft gehört ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität. Maßnahmen und Instrumente Ordnungsrechtliche Instrumente wie Z. B. Gebote und Verbote werden allgemein als unverzichtbar angesehen, wenn es um die unmittelbare Vermeidung von Umweltbeeinträchtigung und die Abwehr von Umweltgefahren geht. Allerdings ruft der Einsatz von ordnungsrechtlichen Instrumenten oft Abwehrreaktionen hervor. Oder die Verbote werden nur abgeschwächt durchgesetzt. Planerische Instrumente werden vielfältig eingesetzt. Das wichtigste Planungsinstrument ist heutzutage die Raumordnung, die entscheidend für die Frage ist, wie Flächen genutzt werden. Zu den planerischen Instrumenten kann auch die Vorgabe von Zielen gerechnet werden, deren Erreichung unteren Ebenen überlassen wird. Ein umstrittenes Instrument ist die Formulierung von Qualitätszielen für bestimmte Umweltmedien. Es wird befürchtet, dass dies in weniger belasteten Gebieten zu weniger strengen Auflagen und einer Auffüllung mit Schadstoffen führen könnte. Ein weiteres Instrument, das in der Planungsphase von Projekten einsetzt, ist die Umweltverträglichkeitsprüfung. Diese ist in der Europäischen Union mit der UVP-Richtlinie verankert. Marktwirtschaftliche Instrumente Marktwirtschaftliche Instrumente sollen wirtschaftliche Anreize für umweltfreundliches Verhalten setzen. Hierbei geht es vor allem um die sogenannte Internalisierung von Umweltkosten. Dies geschieht beispielsweise durch eine steuerliche Belastung des Einsatzes umweltschädlicher Stoffe. Umweltsteuern wie die verschiedenen Ökosteuern in Deutschland sind ein politischer Versuch, Kostenwahrheit herzustellen. Fraglich ist, ob von staatlicher Seite aus eine ausreichend wirksame Preiskorrektur unter Marktbedingungen möglich ist. Die Erhöhung der Stromsteuer mit Entlastung bei Lohnnebenkosten belastete besonders Alleinstehende mit Kindern sowie Nicht-Einkommenssteuerzeihende mit niedrigem Einkommen. Die Erfahrungen der Lenkungsabgaben in der Schweiz mit einer teilweise Pro-Kopf-Rückverteilung der Einnahmen weisen auf die Durchsetzbarkeit von Steuererhöhungen hin. Aufkommensneutralität für die Staatseinnahmen entlastet die unteren und mittleren Einkommensschichten, gibt ihnen gleichzeitig ein Preissignal für die schützenswerten Güter. Würden in Deutschland die Ökosteuern als Ökobonus zurückgezahlt, so würden sie zu einem zusätzlichen Einkommen von mindestens 10, 15 Euro und Person führen. Sogar eine weitere Erhöhung würde kompensiert. Die Reform würde klar progressiv. Der Green-Check in Dänemark ist ebenso eine solche Rückvergütung. Seit dem Jahr 2010 wird ein jährlicher Ökobonus von 1300 DKR für Erwachsene gezahlt. Der Green-Check für Kinder in Höhe von 300 DKR wird an die Mutter überwiesen. Den Green-Check gibt es allerdings nicht pro Kopf in gleicher Höhe, sondern sinkend mit höherem Einkommen. Bürger mit Einkommen über 362.800 DKR erhalten nur noch 7,5 Prozent der Rückvergütung. Allerdings fehlt ein allgemein anerkanntes Modell zur Einbeziehung des Faktors Umwelt in die Berechnung des Bruttoinlandsprodukts, wie es vom Europäischen Parlament 1994 gefordert wurde. Eine weitere Möglichkeit ist der Emissionsrechtehandel, etwa der EU-Emissionshandel oder unternehmensinterner Emissionszertifikatehandel. Hier gibt die Politik direkt das Umweltziel vor, der Preis für die Emissionszertifikate wird auf dem Markt gebildet. Subventionen oder Steuerabschreibungen können als Finanzierungsinstrumente für positive Anreize genutzt werden. Sie werden vor allem dann vorgeschlagen, wenn es um die Sanierung von Altlasten oder um den Ausgleich von Schäden geht, deren Verursacher nicht mehr feststellbar sind. So verfügt die EU mit Live seit 1991 über ein gemeinschaftliches Finanzierungsinstrument für vorrangige Umweltmaßnahmen. Kooperative Instrumente können vor allem da sinnvoll eingesetzt werden, wo es zwischen Umweltschutz und Industrieinteressen eine gewisse Waffengleichheit gibt. Dabei kann es sich um Absprachen zwischen Staat und Verursachern handeln, aber auch zwischen Verbänden und Verursachern. Kerngedanke ist, dass mit Hilfe von Absprachen vor allem ordnungsrechtliche Vorgaben, die einen engen Rahmen stecken, vermieden werden. Dies setzt allerdings voraus, dass sich der Staat immer die Möglichkeit vorbehält, durch Geh- oder Verbote regulierend einzugreifen. Auf europäischer Ebene hatte die Europäische Kommission im November 1996 eine Untersuchung über die Nützlichkeit freiwilliger Vereinbarungen vorgelegt. Darin stellte sie fest, dass mangelhafte Resultate bestehender freiwilliger Selbstverpflichtungen vor allem auf die Form des Entstehens zurückzuführen seien. Deshalb empfiehlt sie klare Strukturen in Form von Verträgen zwischen den Beteiligten. Diese Verträge sollen sowohl die quantitativen Ziele, Verpflichtungen und Fortschritte als auch die Sanktionen beinhalten. In Deutschland gibt es die Niedersachsen-Allianz für Nachhaltigkeit, den Umweltpakt Bayern, die Umweltpartnerschaft Brandenburg, die Bremen-Partnerschaft Umweltunternehmen, die Umweltpartnerschaft Hamburg, die Umweltallianz Hessen, die Umweltallianz Mecklenburg-Vorpommern, den Umweltpakt Saar, die Umweltallianz Sachsen-Anhalt. Das Nachhaltigkeitsabkommen Thüringen und die Umweltallianz Sachsen-Umweltinformationen Die Bereitstellung von Umweltinformationen ist vor allem wichtig für eine wirksame Wahrnehmung vieler heutiger Umweltprobleme, die weniger offensichtlich sind. Die Ahus-Konvention, ein völkerrechtlicher Grundsatzvertrag, gibt jeder Frau, jedem Mann das Recht auf weitgehend freien Zugang zum Wissen über alle Umweltbelange. Sie verpflichtet die Behörden nicht nur zur Offenlegung ihrer Umweltdaten und Messergebnisse. Sie ist darüber hinaus auch Grundlage für den Anspruch auf Umweltbildung und Förderung der Umweltorganisationen. Eine weitere Möglichkeit ist es, mittels Umweltzeichen über besonders umweltverträgliche Produkte zu informieren. Seit Sommer 1993 können Produkte ein EU-Umweltzeichen erhalten. Umweltinformation kann auch sehr unmittelbare Wirkung haben. Die Bekanntgabe Z. B. der krebserregenden Wirkung eines Produktes in den Medien hat oft das sofortige Verschwinden des Produktes vom Markt zur Folge. Umweltpolitik der Europäischen Union Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, den Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie die nachhaltige Verwendung natürlicher Ressourcen zu fördern und Maßnahmen zur Bewältigung regionaler oder globaler Umweltprobleme auf internationaler Ebene durchzusetzen. Mit dem Vertrag von Lissabon wurde die Bekämpfung der globalen Erwärmung als weiteres umweltpolitisches Ziel festgelegt und die Energiepolitik erhielt einen eigenen Artikel im Primärrecht. An der umweltpolitischen Rechtsetzung sind der Rat der Europäischen Union und das Europäische Parlament über das Mieteentscheidungsverfahren gleichberechtigt beteiligt. Umweltpolitik hat einen zunehmend wichtigeren Stellenwert auf der europäischen Agenda. Sie ist integraler Bestandteil der Europa-2020-Strategie, die eine intelligente, nachhaltige und integrative Wirtschaft für Europa vorsieht. Die Basis für die umweltpolitische Komponente der Strategie wurde im sechsten Aktionsprogramm für die Umwelt 2002 bis 2012 gelegt. Globale Umweltpolitik Auf internationaler Ebene wurden zuerst länderübergreifende Umweltprobleme diskutiert. Dazu gehören vor allem die Luftverschmutzung und die Gewässerverschmutzung, der Abbau der Ozonschicht und die globale Erwärmung. Die Vereinten Nationen spielen dabei seit den 1970er Jahren eine wichtige Rolle. Sie initiierten die Klimarahmenkonvention. Die grob im Bereich der UN angesiedelte globale Umweltfazilität finanziert bei Maßnahmen in Entwicklungsländern die Berücksichtigung globaler Umweltziele Fachorganisationen der Vereinten Nationen wie die Welthandelsorganisationen, die Wirtschaftskommission für Europa und die Internationale Seeschifffahrtsorganisationen, die ursprünglich keine umweltpolitischen Aufgaben hatten, sehen sich zunehmend dem Anspruch gegenüber, in ihren jeweiligen Politiken Umweltschutzinteressen zu berücksichtigen. Dieser Integrationsprozess verläuft oft nur langsam und konfliktreich. Wie auch in anderen Bereichen internationaler Politik ist das übliche Instrument zur Umsetzung umweltpolitischer Zielsetzungen der völkerrechtliche Vertrag, der der Ratifikation und der Umsetzung in innerstaatliches Recht bedarf. Nichtstaatliche Akteure der Umweltpolitik, vor allem Umweltverbände, stellen Mängel im Umweltschutz fest und prangern diese an. Um umweltpolitische Themen auf die Agenda der politischen Akteure zu bringen. Ihre problemorientierte Herangehensweise führt dazu, dass sie nicht innerhalb der ressortmäßigen Grenzen der staatlichen Politik denken und handeln und damit immer wieder unkonventionelle und innovative Vorschläge erarbeiten. Sie werden deshalb als ein unverzichtbarer Teil des umweltpolitischen Gesamtgeschehens angesehen. Neben den Umweltverbänden spielen wissenschaftliche Beratungsgremien eine wichtige Rolle. Auf deutscher Bundesebene tun dies vor allem der Sachverständigenrat für Umweltfragen, der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung globale Umweltveränderungen und der Rat für nachhaltige Entwicklung. Die unabhängigen Sachverständigen bewerten die bisherige Umweltpolitik und geben Empfehlungen bezüglich ihrer zukünftigen Ausrichtung. Die Wirtschaftsverbände haben in den letzten Jahren eigenständige umweltpolitische Positionen entwickelt und vertreten sie gegenüber der staatlichen Politik, häufig in eine allgemeine wirtschaftspolitische Argumentation eingebettet. Ihre Positionen zielen in der Regel darauf ab, von verbindlichen Einzelregelungen verschont zu werden. Für zahlreiche Einzelthemen, wie z. b. den Klimaschutz, haben Wirtschaftsverbände sogenannte Selbstverpflichtungserklärungen abgegeben, mit denen sie sich selbst umweltpolitische Ziele in der Erwartung setzen, dass im Gegenzug keine rechtsverbindlichen Regelungen zum gleichen Gegenstand gesetzt werden. Die Erfahrungen mit diesen Selbstverpflichtungen sind sehr unterschiedlich. Zur Durchsetzung ehrgeiziger Zielsetzungen und international verbindlich vereinbarter Zielvorgaben erscheinen sie häufig kaum geeignet. Daneben gibt es Interessengruppen übergreifende Verbände, wie z. b. das österreichische ÖKOWEB. Siehe auch Freiraumpolitik Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen Thematische Strategie Thematisches Programm Umweltgeschichte Umweltpsychologie Umweltrecht Umweltschutz Umweltsoziologie Politische Ökologie